hallo liebe ich mache jetzt gerade etwas was ich noch nie gemacht habe aber ich fühle es gerade und habe lust dazu ja sorry für die sonnenbrille aber es ist gerade ganz hell ich bin nämlich gerade in der wiese unterwegs mit lucy und habe noch mal über unsere letzten gespräche nachgedacht und möchte dir wirklich so total von herzen dankeschön sagen deine nachricht eine mail mit der frage ob wir uns nicht mal austauschen mögen weil uns gegenseitig updaten kam aus meiner sicht wirklich wie ein geschenk des himmels ich glaube nicht an zufälle das war das hatte eine keine ahnung einen höheren sinn auf jeden fall und es kam genau an einem punkt an dem ich ja ich habe sie gesagt eigentlich am liebsten mein ganzes business hingeschmissen hätte und wir haben zusammen auf eine weise drauf geguckt wie ich das glaube ich in den letzten jahren noch nicht getan hatte an diesem punkt bin ich eigentlich selbst geraten weil einer marketingstrategie gefolgt bin die ich für gut gehalten habe und ich bin der so gefolgt dass ich mich versah mein pflichtbewusstsein übernommen hat und quasi von ganz alleine mich dazu getrieben hat immer weiter zu machen und weiter zu machen eigentlich das aus den augen zu verlieren was mir richtig richtig spaß macht und auch das was die stärke ist in meinem business und in meiner arbeit so will ich das nicht mehr und jetzt habe ich wieder total lust und bin so kreativ und es macht so spaß alles beiseite gelegt ich will davon jetzt erstmal nichts mehr wissen es wird vielleicht einen späteren zeitpunkt geben wo ich mir nochmal angucken ob ich teile daraus vielleicht verwenden kann aber für jetzt folge ich wirklich komplett wieder meiner inneren weisheit und bin ganz liebe grüße und bis ganz bald